Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix Im letzten Part, ja, Hello Bastion, bis hierhin hochgekämpft, die komische Krone erhalten, die aber nicht von außen aussieht wie eine Krone, die man dann aufhört, so wie in Kingdom Hearts 2, wie ich es in einigen Videos gesehen habe, keine Ahnung Aber es ist auch Kingdom Hearts 1, keine Ahnung Schutzengel, Sora, Abwehrkraft gesteigert Abilitermin auch Und das war's eigentlich Ich habe Abilities Donald, hab ich, äh, Jackpot gegeben, mir Charmeur, weil es nicht geht, äh, hätte ich jetzt Perforieren reinnehmen können wegen einem, einem AP mehr, aber Dolgo Dragnare könnte ich auch nicht machen Tornado haben wir erlernt In der Luft befindliches, äh, befindliches Ziel wird attackiert Ich glaube, das könnte ich statt Charmeur eher reinnehmen Nur zum Gucken, ist wieder so, schönes Angriffsding Gut, an Ausrüstung habe ich auch nichts verändert seit dem letzten Part, speichern kann ich nicht, also weiter Äh, falsche Browser-Seite, so Wir sind jetzt hier in der Außenwand Gleich mal gucken, wenn wir hier drin sind Liftschacht, schon wieder Da sollte es jetzt auch nichts mehr geben Ecke der Schlute Okay, irgendwo in der Ecke der Schlute soll es da Martina geben Gravitas auf der Plattform Warum bist du jetzt rausgegangen? Ich habe nach unten gedrückt und die ganze Zeit X gedrückt, während ich auf Browser geguckt habe Das, das geht doch nicht Gibt es hier irgendwo eine Truhe, wo man Gravitas benutzen kann? Ach, Moment Also, da oben ist, ja Okay, da oben gucke ich mich jetzt nicht rum In der Hoffnung, dass die Darmatiner woanders sind Weil da waren wir einmal oben Einmal Da gibt es drei Items, Spirit-Gummi, Darmatiner und Final-Ext-Instrument Darmatiner Kann ich ja schnell nachgucken Wenn keine Gegner da sind, ob wir diese Darmatiner haben oder nicht Weil, ja Die sind ja nummeriert, die Darmatiner Oh, vielleicht kann es schon wieder dritt sein So, Tagebuch, Darmatiner Ja, die haben wir Gut Jetzt gibt es noch in der Sechs-Lichter-Halle Sind wir jetzt schon in der Sechs-Lichter-Halle? Denke ich mal Oder? Auf jeden Fall hier erstmal speichern Soll immer gut sein Sechs-Lichter-Halle Dunkel-Materie Memoire Oh, geil Neuschel Ich muss es haben Warum geht es hier lang? Außenwand Okay, keine Gegner, bitte Kapelle, gut Nicht die Sechs-Lichter-Halle Kapelle Kann ich darauf wieder durchgehen? Irgendwie kann ich das nicht mehr direkt davor stehen bleiben Der rennt einfach irgendwie weiter Selbst wenn ich mich nicht mehr bewege Bevor die Animation kommt Stimmt, hier kann man runterfallen, ist das Eklig Lichter Damit So, dann zeig mir mal, wo die Thun sind Äh, dann dürfen wir auch erstmal Gegner klopfen Rage ruhig, Rage ruhig Komm, erwischt mich sowieso nicht Oh, komm schon Ja, wundere dich nur, dass da jemand ist und weg Gut, dass hier jetzt, äh Thun sind Keine Ahnung Hätte ich nicht gedacht Aber, naja Was? Der Schuss jetzt Egal Nicht wundern Die ganze Gegenstände nerven Ach, der unsichtbare Gegner wieder Und sichbare Gegner ist weg Verdammt Nein, ist er nicht Moment Der ist gar nicht viel zu Naja Oh, ein Klapper-Soldat Verdammt Kann mir jetzt mal einer schreiben, ob das wirklich wieder ein unsichtbare Gegner war Oder dass ich einfach nur blind gewesen bin, dass das wirklich ein Klapper-Soldat war, der einfach nur in derselben Farbe rumgesprungen ist Also, äh Keine Ahnung Ich hatte ja schon mal hier einen unsichtbaren Gegner in der Wandelhalle Der mich dann einfach attackiert hat Äh, als ich mich mit der Krasan beschäftigt habe, aber okay Die Orte sind hier nicht näher beschrieben, wo die Items sind Okay Dann lassen wir das einfach mal so sein Und kloppen einfach runter Kommt dann Na, jetzt hab ich da runtergeschöpst, oder? Ach, hier ist schon die erste Trüge Auch der anderen Seite nicht die zweite, aber okay Ach, der ist trotzdem gestorben Dunkelmaterie Und da rechts oben geht's weiter Ach, hier geht's auch weiter Okay Nice Damatina Das sieht nach Damatina aus Könnt ihr die spawnen? Danke Ne, Memoir Das rüste ich mir doch gleich mal aus Zentriful erstmal Hohe Durchschlagskraft und Trefferquote zeichnen ihn aus Führt aufeinander folgende Volltreffer aus Hat allein schon eine sehr hohe Angriffskraft Mehr als Heros Heros hat schon 10 Und jetzt Memoir Hat zwar 2 weniger Besitzt eine zerstörerische Durchschlagskraft Maximum MPsing um 1 Aber halt eine zerstörerische Durchschlagskraft Ich muss mal gucken, ob ich das so der Central Full Air nehme Bislang habe ich Memoir drin Ihr könnt mir ja schreiben, auch mal Als ihr gespielt habt, welches Schlüsselschwert ihr vor Ultima hattet Welches ihr die ganze Zeit benutzt habt Und da oben sind die Damatina Wie sollen wir da denn rankommen? Das ist mal ohne Scheiß Warte Da oben drauf Da habe ich irgendwie eine Truhe gesehen gerade Hier kann man drauf stehen Aber auf den anderen Sachen nicht Du nervst Das ist mal ohne Scheiß Wie sollen wir da drauf kommen? Ich meine ja nur Ich meine ja nur Ich will da rauf, Mann Ich muss die Damatina retten Ich muss Tal einsammeln, weil ich Taler brauche Oh, Orcus Kristall Natürlich kommen noch mehr Natürlich kommen auch drei von denen So, dass ich mal wieder geile Hitboxen bekomme Yo, komm Rampel mich an oder auch nicht Oh, Quaterra hatte ich Ja, nicht genug davon Guffi, dein Schild ist super Einen Defensive braucht man schon im Team Da, schon wieder Ach ne, hier sind Hier ist die Jetzt habe ich dich anvisiert Jetzt kannst du mir nicht ankommen Es ist ein uns Jetzt mal ehrlich Ohne Scheiß Ein unsichtbarer Klappersoldat Was soll denn der Dreck? Äh Er ist ohne Scheiß Warum? Moment mal Wo habe ich denn Die andere Truhe gesehen Hm Ich habe da doch auch was drauf gesehen So, da Martina Jetzt haben wir alle bis auf die in Halloween Town Ah, ah Okay, kein Gegner Zwar ein Mana weniger Aber irgendwie Ist es mir relativ egal Ich weiß nicht, ob ich Memore oder Oder Centifol nehmen soll Weil Centifol ist schon Durchschlagskraft und Trefferquote Bedeutet Ja, Trefferquote bedeutet nicht Reichweite Egal Wir können uns gleich damit kloppen So, dann haben wir hier alles Außer, Moment mal Irgendeine Triotech war doch noch Eine blaue Außenwandgewinde vom Lichtschacht Aus erreichbar Ach Gott Keine Ahnung Außenwand vom Lichtschacht Erreichbar Außenwand Außenwandgewinde Ach Gott Das ist doch hier, oder? Ne, Erker der Schlote Hm Schon verstanden Auf der anderen Seite würden wir sowieso unten drauf kommen Aber Ey, lass mich doch mal meine schöne neuen Schwertkombus bewundern Ich hab so das Gefühl, dass ich hier fast jeden Gegner One-Hatter Oder Two-Hatter Ja Macht irgendwie schon Schaden Unser Schwert mag ich bis jetzt auch LP Maximum für Goofy Das kann er gut gebrauchen Aber irgendwie Keine Ahnung, ob ich ein Memoir rein tue Oder Centifol Ich bin irgendwie Okay, der, äh, ne, also Das sieht viel besser aus Das, das Memoir Deswegen, wegen, lasse ich das jetzt auch mal drücken Ganz einfach So Kann man ja jetzt hier nochmal Okay, ich brauch drei Schläge statt Zwei, aber das liegt eher am Zusatzangriff Als an der Durchschlagstraft Und zwei blaue Triotechs Also Eine wüsste ich ja Aber die andere halt nicht Jetzt hab ich gar nicht auf die Triotech aufgepasst Die eine, die wir noch brauchen Boah, ich mag das Memoir von den Kombus her Außenwand der Gewinde Finale Exil, zweimal Hütter Liftschacht Vom Liftschacht aus erreichbar Ja, welchen? Das haben wir jetzt nicht Ich bin daran irgendwie mal vorbeigelaufen Weil, ähm Blaue Triotechs Davon gibt es viele Merlins Zimmer Die dürfte nicht mehr existieren Hinter der Statue Susi und Strolch Die müsste ich auch gemacht haben Die hab ich gesucht Tor zur Welt in der Mitte Und vor dem Itemladen in der Mitte Die sind alle weg Wunderland, Lotushain Und, äh Also links vom Eingang Und nordwestlich vom Eingang Dürften nicht mehr existieren Weil nicht gefunden Hieronen Platz dürften auch nicht mehr sein Tiefer Dschungel Zeltlager ist nicht Amomobaum auch nicht Weil das alles Talmatiner sind Die wir haben Äh, Agrabah im Hinterhof Ort der Stille Haben wir nichts gefunden Monstru, Bauch 5 Rachen oder Speiseröhre Naja, das ist sehr schön Die haben wir nämlich auch nicht gefunden Oh mein Mann, die haben wir auch nicht gefunden Ja, das Einzige, was wäre Wäre halt wirklich Die, ähm In der Speiseröhre Ganz am unteren Ende Okay, am unteren Ende Äh Moment, Rachen Nachdem der Wasserstand gesunken ist Nachdem der Wasser Wann ist der Wasserstand da Bitte gesunken War das vorher Ne, vorher kann das nicht mehr gewesen sein Okay Dann wissen wir, wo einer ist Aber dann Da müsste ich jetzt Außenwand der Gewinde Wirklich Die Triotech finden Ich frage jetzt nur Wo ist die Ach, kurz mal überlegen Wo waren diese viele Gänge In dem Liftschacht Da gab es ja auch Gänge Mit denen man Von hier aus kommt man eh nicht mehr zurück Da gab es ja auch viele Gänge In denen man quasi Nee Nee Irgendwie nicht Gut Ich glaube, ich werde irgendwann ein Video machen Mit einfach nur Zusammenschnitten von kleinen Aufnahmen Wenn ich nochmal alles einzeln einsammle So was mir fehlt Wenn ich mir zum Beispiel Irgendwie Videos angucke Von wegen Da, 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 da Und hier haste Wenn ich das irgendwann mal finde Aber ich würde Wüsste jetzt nicht Welche Triotechs Noch Wo Die mir fehlen Wo die sind und so Außenwand Der Gewinde Vom Liftschacht Aus Erreichbar Da müsste auf jeden Fall Definitiv eine Monster fehlen Nachdem der Wasserstand Gesungen ist Und Ja, eine Keine Ahnung Weil Nachdem wir hier oben Reingegangen sind Gibt es keine Außenwand mehr Und wir sind jetzt hier Im Gewinde der Außenwand Oder? Da oben kann ich mich nicht Ranhängen Oder war hier irgendwo Eine blaue Mein Gott Ich weiß gar nichts mehr Und immer wieder ein Screenshot Für die Position dieser Ne, ist nicht Okay Bedeutet Wir sind ja auch Erstmal fertig Das ist jetzt nicht Was man noch hätte Machen sollen Gut, dann muss ich Dann irgendwann mal Da nochmal nachgucken Wegen den ganzen Triotechs Gut, dann haben wir jetzt Noch Ende der Welt Sowieso diesen ganzen Ring Hier, den wir noch nicht haben Ähm Ja Monstro Nachdem da Wasserstand Gesungen ist Halloween Town Haben wir Agrabah haben wir Atlantica Haben wir noch Moment mal Ja Nimmerland haben wir noch Also dieser ganze Komplette Ring hier Inklusive Halloween Town Gehen wir nochmal kurz Zum Monstro Bilder nehme ich jetzt Noch mal den Wasserstand Kurz mal gucken Ob man da vielleicht Durchs Wasser sehen kann Komm schon Fass mich auf Ob man das auch nicht Überspringen kann Und mach deinen Mund auf Und lass es dir schmecken So Weil Weil wenn ich mir das Nämlich Mal so ansehe Wir starten hier Sind wir auch Immer gestartet Wobei Das Wasser Könnte sogar Mal so hoch gewesen Sein Ach Wenn der Wasserstand Gesungen ist Das bedeutet Das muss ja hier Irgendwo unten sein Hier ist aber nichts Ja Das Wasser war nämlich Mal bis hier Ja Wasserstand Ist schon gesunken Ähm Das bedeutet aber auch Dass man Dass ich die auch schon Habe Das ist doof Das ist sehr doof War die wahrscheinlich Hier drauf Oder auf irgendeine Dieser Platten Das ist sehr doof Weil da fehlen Mal zwei blaue Triothese Und ich hab keine Ahnung Wo Weil man hat Immer nur Keine gefunden Okay Einfach ohne Kloppe zur Speiseröhre Speiseröhre Oben Remember that Ach ja Ich guck mir dann Einfach mal Videos Irgendwann Wie an Ich denke Das wäre dann Die beste Idee Wenn man einmal Hier so Backtracking macht Onscreen Reicht das Denk ich mal Mach ich immer Wenn schon Screenshots Zusammenstellung Oder Kleine Videos Szenen Je nachdem Am unteren Ende Das ist ja hier gleich Das sind alle Kommen Das war die Speiseröhre Ne Erstmal kurz zurück Röck Speiseröhre Ja Am unteren Ende Auch nicht ihr Ich schaffe doch sowieso nicht Zehntausendmal in der Luft Zu behalten So Am unteren Ende Die Speiseröhre Nö 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 Ich glaub die haben wir auch schon Gut dann hab ich echt Keine Ahnung was mir fehlen könnte Aber es gibt keinen besseren Moment Als dieser Dass hier keine Monster mehr auftauchen Sich hier trotzdem nochmal umzugucken Ob hier nicht irgendwo Um drauf was ist Wenn man da drauf steht Wird man automatisch Teleportiert Okay Du schon wieder Nein Aus Ich hab dir immer noch keinen Schaden Ich frag mich echt wieso Und irgendwann bist du einfach automatisch verschwunden Warum mach ich dem eigentlich keinen Schaden Ich will doch nur zurück in die Speiseröhre Oh Gott Warum bin ich hier wieder reingegangen Ich hab den komplett vergessen Und da verschwindet er Für kurze Zeit Aber nicht ganz Jetzt verschwindet er ganz Okay Ich hab echt Keine Ahnung Echt sowas von null Welche blauen Trio-Tests Mir bitte fehlen Weil müsste ich irgendwie Alle nochmal überprüfen Naja Die paar Gegner Das ignorier ich Ich sag bis zum nächsten Mal Leute Bis dann Viel Spaß und Tschüss Dann starten wir mit Ende der Welt Bis dann